Diggi die Zäck war das doch mal ein schönes Bild hier 1 2 3 4 5 6 7 8 Leute such dir eine andere Farbe das sind 8 Leute das ist gut und zwar jetzt geht's wieder weg jetzt kann ich wieder ich möchte gerne eine Farbe ja hallo ich bin leicht Mekma und die Mönchung ich bin zu Julio ja wenn du so ein Teil der Leimann Gold machen gehen den Kindert auch cool als reisen 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 auch egal zu viele Eimer ja Bestimmt. Na eh, der Eimer ist der Harry. Geh dein Eimer unter den Arm und los. Hör auf den Kopf. Bitte gleich eine Eimerkeule. Oh. Du bist vorsichtig. Warte, was für die Tomate ist. Gleich ist dein Argo so blau wie deine Haare, Freundchen. Marcel, warum willst du meinen Bruder hauen? Will ich eigentlich nicht. Hallo, Maso-Spiele. Häng dich gleich an dem Tomatenbaum auf. Die Bäume ist ein Sträucher. Das ist ein Mega-Baum hier. Wie geil. Hier wachsen die auf Bäumen. Geil. Die Sträucher wachsen auf Bäumen. Und daran wachsen die Tomaten. Ach so, ja, verstehe. Okay. Da hab ich in der Hochschule nicht aufgepasst. Ja, ja. Das nennt man nur noch Fotosynthöse, hab ich gehört. Was für ne Möse. Was, Möse? Ich habe etwas Neues entwickelt. Ja, Gustav. Du musst es zumindest mal versuchen, ja. Nicht nur dumm rumstehen. Ja, ich mach grad hier was. Was? Ja, ja. Ja, ja. Es macht gleich Geräusche. Tut so als ob, ne. Hier hinstellen. Ich muss mein Dampfgerät auffüllen. Ja, was ist hier los? Du trittst ja immer komisch an. Entschuldigung, das war Bumblebee, der hat Öl läuft aus. Da wird Bumblebee. Gebt Bumblebee gleich mal hier. Ich weiß, Bumblebee geht nicht auf Schrotti rauf. Nein. Ich glaub, da hat er was gegen. Bumblebee guckt die falschen Autozeitungen, oder? Ja. Oh, Mann. Quatsch dich aus.